Was denkst du denn, wie es mir geht? Wo sollen wir denn jetzt nach vorne kommen? Ist da einer, ne? Da läuft aber einer. Komm, du schaffest, du schaffest. Was mit der Waffe? Oh, nein. Oh, ne, warte mal, hier. Stopp. Boah. Passt du. Oh. Oh, ich darf nicht messern. Ich wollte ihn eigentlich gerade messern. Boah, darf ich ja nicht. Warum darf ich nicht messern? Ich darf echt nicht messern. Warte mal kurz. Wo habe ich die Messertaste reingehauen? Ich habe das doch auf V, oder nicht? Äh, Messer auswählen. Nahkampf, V, F. Hm, ja klar. Ja, ja. So, jetzt darf ich messern. Jawoll. Hilfe, 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 Hilfe. Hilfe. Boah. Wartet kurz, ich muss das ändern kurz. Ah, naja, klar, zum Hauptmenü. Ne, ist nicht. Äh, Moment. Wo haben wir die andere V-Taste? Zum Wechseln von der Feuer-Dingens. Ah, warte, das habe ich gleich. Das habe ich gleich. Dauert nicht mehr lang. Dauert nur ein paar Stunden. Warte, 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 warte. V, durch Feuermodi schalten. Da, haben wir es. F. Gut. Oh, so. Und da darf ich messern. Sorry. Jetzt darf ich also. Woah, Hilfe, Hilfe. Habe ich das noch geschafft? Scheiß, Panzer. Okay. Bin okay. Bin okay. Bin bestens. Und bei dir? Auch alles okay. 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 Verflucht, das waren 93 und ich lebe noch. Mir geht's besser als okay. Mir schallt die Sonne aus dem Arsch. Blackburn, bist du okay? Ja, klar. Alles in Ordnung? Ja, ja. Geht schon. Irgendwo muss es hier rausgehen. Ist da vorn wer? Lars. Gut. Weiter, Männer. Puh, das war knapp, Leute. Das ging doch noch mal gut. Herr, bitte sofortige Luftunterstützung. T-90 Panzer, 200 Meter von hier. Verstanden? Das Ding wird sie in Stücke reißen, Mann. Luftunterstützung steht zur Verfügung. Wenn Sie rechtzeitig hier sind. Mach die Tür auf, Mensch. Da ist Exit. Hä? Ah. Ich glaube, das ist die Bank. Ich nehm's an. Jetzt heißt die 90, ich bin wieder da. Wir müssen versuchen. Äh. Scheiße. Hallo. Wo ist der hin? Wo ist der hin? Der ist direkt vor uns. Scheiße. Scheiße, Mama. Ist der kaputt? Aha. Burn, motherfucker. Burn. 20 feindliche Panzer. Rauchenhilfe. Over. Bewegt euch. Weitere Panzer im Anmarsch. T-90 von der Bank. Scheiße hinaus. Infern ziehen Sie sich um. Okay, da kommen Sie. Von links, links. Nicht. Was denn da oben? Ist da wer? Ach so. Da ist wer. So. Noch wer? Nö. Da kommt einer. Aha. Spruchflüter. Warte, 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 Leute. Ich nehm mir die Waffe auf und... Los, 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 los. Oh, wo? Runter hier. Dammte. Ach da, okay. Äh, was? Ich hab meine Javelte nicht mehr. Ach da. Jetzt bist du dran, du miese Ratte. Aha. Oh, ich bin auch ganz gut dran. Aber du warst zuerst dran. Ja, sehe ich auch. Das machst du gut, Blackburn. Aber klar, doch. Ist da noch ein Panzer? Äh. Ist da noch ein... Da ist da noch ein Panzer. Heiliger. Komm. Komm schon. Jawoll. Jojo. Boah, ist da noch ein Panzer? Wie viel gibt's denn noch von den Arschlöchern? Komm schon, komm schon, komm schon. Oh ja. Komm drauf. Oh, scheiße, ich bin direkt gleich tot, ey. Ja, geht mal vor, ich muss hier mich kurz ausruhen. So. Können weiter. Nein, nackt. Oh, ich werde beschossen. Leute? Da vorne irgendwo. Was soll ich jetzt hier machen? Alles klar? Soweit? Wo soll ich denn jetzt hin? Ich gehe einfach mal irgendwo hin. Hallo? So. Dann folgen wir mal dir. Ich werde ein bisschen beschossen. Macht aber nichts. Geht schon. Und nun? Da wäre auch noch einer. Und da ebenfalls. Komm, geh down, du Ratte. Komm, los. Danke. Aua, 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 aua. Ja, gib mir Feuerschutz. Gib mir Feuerschutz. Gib mir Feuerschutz. Verdammt, ich bin gleich tot. Und da auch nicht. Hä? Da vorn sind sie. Kriegen sie da in Kranaten rüber. Boah, wie explodieren denn da? Alter. Was für ein Silvester. Der Kollege blockt nicht. Boah, boah, boah. Noch jemand, ne? Schade. Wie vielleicht, ne? Was sollen wir jetzt hier machen? Ach, da rüber, oder was? Ja. Ach so. So. Okay, ich bin drüber. Warte. Jetzt. So. Kommst du auch rüber? Nein, na? Doch, er kommt mit rüber. Warten wir eben kurz auf unseren Kollegen. Und weiter geht's. Hilf mir hoch! Hä? Ach so. Okay, ähm. Ich mach die Räuberleiter. Hier. Komm. Nimm Anschwung. Hä? Jetzt komm. So. Und rüber mit dir. Jawoll. Gut gemacht, Matsch. Hoffentlich irgendwas. Mat. Wie du auch immer heißt. Mat. Vorwik. Mat. Vorwik. Ja. Gut gemacht, Mann. Vorwik. Lass mir mal die Leiter runter. Cool eher. Komm, lass runter. Sauber. So, ich komm nach oben jetzt, ja. Zack. 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 Bin gleich oben. Dauert nur noch ein paar Schwunden. Bin auch nicht mehr der Schnellste. Ja, da guckst du blöd. So. Oh, sei vorsichtig. Verdammt. Also, ich geh da auf jeden Fall nötig hin. Kannst du vergessen. Also. Der Sprung ist mir ein wenig zu gefährlich. Ein drin. Schön, dass du drin bist. Aber ich. Oh Gott. Okay. Okay, also. Jetzt hier rauf. Okay. Das schaffe ich. Das schaffe ich. Wenn er das schafft, dann schaffe ich das auch. Und rein. Ach du Scheiße. Wie sieht's denn hier aus? Mensch. Wo ist die Putzraube immer, die man braucht? Hä? Okay. Was? Oh, scheiße. Ich hab ihn. Ich hab ihn auch gleich. Warte. So. Bleib still, verdammt. Komm. Oh, scheiße. Ich hab ihr Ausfallsein gedrückt. Kacke, 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 kacke. Darf ich noch einmal? Die Maustaste. Ich hab Ausfallsein eh gedrückt. Boah, der Linkenmaustaste ist scheiße. Ah, verdammte. Boah, Battlefield 3 bringt mich so durcheinander, weil das einfach so geil aussieht, dass ich schon falsche Tassen drücke die ganze Zeit. Weil das sieht einfach so Hammer aus, die ganze Animation und alles. Boah. Mein lieber Scholli. So, jetzt kannst du. Ja, ich bring dich dann wieder da hoch. Komm, mach. Ich nehm Anstrung. Ich bin bereit. Komm. Jawoll. Gut gemacht. Wieder einmal. Kann man hier noch was, irgendwas machen? Genau. So, ich warte dann einfach mal hier, ne? Wieder auf die Leiter. Na komm, spring runter. So. Und rauf da. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. So, und schon bin ich wieder oben. Hallöchen. Jetzt macht er wieder seinen abgefahrenen Sprung. Zack. Und hoch mit dir. Komm, zieh. Komm, zieh. Bin drin. Ja, seh ich. Und ich komm als Nixer. So. Und jetzt wieder. Und zack. Und da wären wir wieder einmal. So. Und jetzt kommt der Typ gleich wieder rein. Ich hab ihn. Ich hab ihn. E. Und dann kam V, ne? Ah ne, linke Maustaste, genau. So, komm. Rein damit. Jawoll. Der ist auf jeden Fall tot. Weiter geht's. Sicher. Ist da wer? Messer. Okay. Ganz langsam und... Bam. Hab ihn. Hab ihn. Ich bring ihn kurz weg. Hä? Da vorne sind sie. Hab einen. Soweit alles sauber. Glaube ich jedenfalls. Außer da vorne. Und da. Hallo? Danke. Granat rüber! Äh... Was ist jetzt hier los? Ach. Das ist hier los. So, wer ist denn da? Unter mir eine Granate. Nix da. Boah, geht down, Junge. Da oben. Alter, ganz toll. Danke, dass du mir mal das oben her sagtest. Da oben sind. Das wäre ja... Geh doch dein Köpfchen. Geh doch mal rein! Geh doch mal rein! Geh doch mal rein! Geh doch mal rein! Immer noch Ena. Ebenfalls. Oh! Da! Ah! Ey, danke, dass er nichts gemacht hat. Ich wollte ihn ein bisschen messern. Aber man kann ja auch nicht gut von vorne messern. Pi mir dann auf. Er macht da ja gar keine richtige Animationen. Was? AK? Nehmbar. Ja, die nehmen wir. Nette AK. Immer schön. Lieber. Tschüss. usually